Entschuldigung, wenn Sie mir einen Euro geben, fange ich erst gar nicht an damit. Wir sind von Installateur-TV Stoll und wir haben jetzt eine eigene Komposition gemischt aus Rammstein und Klassik. Dürfen wir euch die vorstellen? Sicher! Stoll, Stoll, Stoll! Er ist Stoll! Stoll ist Stoll! Applaus! Wow! Kein Bescheu sagt. Stoll, der Installateur, der macht dir dein Leben nicht schwer. Er macht so schöne Heizungen, der Stoll, der Installateur. Habt ihr das wirklich geübt zu Hause? Also echt? Ja. Der Stoll, der Installateur, der macht dir das Leben nicht schwer. Und ist einmal das Rohr verstopft. Dann gehen wir jetzt einfach zum Stoll, den Installateur. Dankeschön! Der Stoll, der Installateur, der macht dir dein Leben nicht schwer. Ist das ein guter Song? Super. Dankeschön! Darf ich dir für eine Banane etwas vorspielen? Ja, sehr gerne. Super, bitteschön. Danke sehr. Dieser Song wird präsentiert vom Stoll, den Installateur. Magst du ein bisschen harte Musik auch? Ja. Okay, dann machen wir sofort. Stoll, Stoll, Stoll! Super. Kann ich Ihnen das Lied vom Stoll, den Installateur vorspielen? Bitte, ja. Okay. Der Stoll, der Installateur, der macht dir dein Leben nicht schwer. Der Stoll, der ist so toll und der beste Installateur der Welt. Dann hab ich die Wohnung mit ihm. Krieg ich einen Applaus? Da krieg ich schon einen Applaus. Na, siehst du wahnsinnig. Was mir alles passiert heute, ist jetzt meine Schungzeit. Dankeschön! 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 Stoll, der Installateur. Also, Quizfrage. Was bietet der Installateur Stoll an? Fenster oder Türen? Autoreifen? Sexy Installateure wie mich? Oder tolle innovative Heizungen mit super Serviceleistungen? Tolle innovative Heizungen mit super Leistungen. Absolut richtig! Sie haben einen Apfel gewonnen. Hallo! Michael Schober von Installateur TV. Jetzt hab ich eine Frage. Der Installateur, was bietet der Installateur Stoll an? Entweder a Fenster und Türen, b Autoreifen, c sexy Installateure wie mich oder tolle innovative Heizsysteme und super Serviceleistungen? Was nehmen wir? Das ist das erste, ja. Okay. Sie nehmen das erste Stoll, der Installateur bietet Fenster und Türen an? Vielleicht. Vielleicht. Schau mal. Installateur. Was macht denn der Installateur? Ich kann was einbauen. Was baut ein? Ich bin mir nicht sicher. Versuch's? Nein. Ich verrate's euch. Antwort Dora. Heizungen und tolle Serviceleistungen bietet der Stoll an. Wäre logisch. Dankeschön vielmals. Dann passen Sie auf. Dann passen Sie auf. Der Installateur Stoll. Was bietet der an? Fenster und Türen, Autoreifen, sexy Installateure oder tolle innovative Heizsysteme mit toller Serviceleistung? Das weiß ich jetzt wirklich nicht, aber ich würde das letzte nehmen. Die tollen, innovativen Heizungen? Ja, natürlich. Absolut richtig. Sie haben einen Apfel gewonnen. Gratuliere. Super. Liebe Grüße an den Stollen Installateur oder wie er heißt. Dann ist das nicht schwer. Ja, dann ist das nicht schwer. Genau. Der Installateur ist nichts zu schwer. Dankeschön vielmals. Gutes Tropf. Dankeschön. 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 Vielen Dank.